alle sehen stark nach hühnerknochen aus servietepub chicken wings haben wir gleich neujahr man soll ja nicht mit einem schrott ins neue jahr gehen damit man das nicht mit ins nächste jahr trägt ja jetzt habe ich hier halt noch ein paar schrottige sachen rumliegen von dem ein oder anderen über bleibsel und da würde ich sagen sollte ich doch noch zufälligerweise meinen einkaufswagen hinfahren du pisser weißt schon dass mir 4000 euro ungefähr scheulich das noch und ich glaube ich möchte jetzt gleich ein bisschen kohle von ihr haben du spaß die junge kommt gleich auf straße da gehen wir ein bisschen kuscheln schicke hol ich möchte ich gerne streichern kommt ich so gern habe